Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in Weißig zwischen Türmsdorf und Kortrat. Da geht es hinauf zum Rauenstein. Ich wünsche euch viel Spaß bei meiner kleinen Wanderung und wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst gerne ein Like und einen netten Kommentar und vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr möchtet, dann zählt doch mal die gelbe Wegmarkierung, wie oft diese zu sehen ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Viel Spaß jetzt beim Zuschauen und bis bald. Schreibt es mir in die Kommentare. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und meine kleine Rund, und der Wanderung ist beendet, Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr begleitet mich das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!